Komplizierte Operationen sind es fast immer in der Frauenklinik des Universitätsklinikums Bonn. Hier steht Professor Walter Kuhn am OP-Tisch. Sein Arbeitstag hat selten nur acht Stunden. Dass sonst alles funktioniert, dafür ist er zuständig. Erik Heinrichs ist der Hausmeister der Frauenklinik. Ohne seine Hilfe klar zu kommen, unvorstellbar für die Mitarbeiter im Haus. Halstivie begleitet einen Tag lang den Professor und schaut dem Hausmeister über die Schulter, bei allem was ansteht. Frühmorgens an der Frauenklinik der Universitätsklinik in Bonn. Wenn er nicht kommt, dann müssen sich Ärzte oder Sekretärinnen gedulden oder ihr Problem selber lösen. Denn er ist der Mann für alle Fälle. Und auch er ist immer sehr früh in der Klinik. Den grandiosen Sonnenaufgang kann er nicht genießen. Kaum im weißen Kittel geht es für Professor Walter Kuhn auch schon los. Der eng getaktete Zeitplan ist sonst nicht einzuhalten. Frühbesprechung? Täglich um halb acht. Wir sind hier über 40 ärztliche Mitarbeiter. Dann haben wir doch die Psychoonkologen, die Studenten. Also da kommt dann schon eine ganz große Zahl zusammen. Dass wir sozusagen kurz besprechen, was ist am Tag geplant, welche Operationen, welche Veranstaltungen, was ist zu tun. Sie versorgen 70 Patienten auf fünf Stationen, decken das gesamte Gebiet der Frauenheilkunde ab. Von der Geburtshilfe bis zur gynäkologischen Onkologie. Genauso früh beginnt unten im Kellergeschoss der Dienst für Erik Heinrichs. Sein neues Büro hat er gerade erst bezogen. Der Hausmeister zählt bereits zu den Dienstältesten und kennt sich überall im Haus bestens aus. Ich bin hier im Universitätsklinikum jetzt seit 1977. Ich habe dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum. Es ist ja schon ungewöhnlich, dass jemand 40 Jahre am gleichen Arbeitsplatz ist in der heutigen Zeit. Was an diesem Tag zu erledigen ist, erfährt Erik Heinrichs online im Computer. Und was fasziniert Sie an dem Job? Dieses Abwechslungsreiche einfach. Man hat so mit ganz verschiedenen vielen Sachen zu tun. Mit handwerklichen Tätigkeiten, viel mit dem Computer, Kontakt zu den Patienten auch selber. Und das macht richtig Spaß. Nur wenige Minuten am Tag verbringt er im Sitzen. Ständig ist er auf dem Sprung. Nach der Frühbesprechung geht's auf die Stationen. Professor Kuhn bespricht mit den Schwestern und Ärztinnen, ob es Besonderheiten bei seinen Patientinnen gibt, welche Behandlungen auf dem Plan stehen. Im Anschluss daran die Visite und alle gehen mit. So, guten Morgen, die Dame. Und? Ich hoffe. Sie hat ihre schwere Krebsoperation gut überstanden. Alle sind darüber froh. Schmerzen? Ja? Ich meine, der ist ja schon ganz fit. Wenn man das Fach Kynäkologie und Geburtshilfe wählt, muss man eine im besten Sinne ganz allgemein formuliert eine gewisse Liebe für Frauen haben. Man muss Frauen mögen. Dass man für die Patienten wirklich Referenz ist und absoluter Ansprechpartner und für alle Dinge auch tatsächlich zuständig und verantwortlich ist. Deswegen, denke ich, ist diese Funktion auch nicht einfach. Auf den Frauenstationen sieht man nur Frauen. Auch im Ärzteteam. Wir sind umgeben von Frauen. Ist das so ein bisschen so ein Haar-in-Korb-Feeling? Also, ehrlich gestanden, überhaupt nicht. Was die Arbeit betrifft, da wünschen wir uns alle, ehrlich gestanden, dass man eine ausgeglichene Verteilung zwischen männlichen und weiblichen Mitarbeitern hat. Was übrigens auch der große Wunsch unserer Mitarbeiterinnen ist. Dass man durchaus auch wieder mehr Männer in dieses Fach hineinbekommen kann und das Fach dafür attraktiv machen kann. So, guten Morgen. Trotz Termindruck, er nimmt sich für alle die nötige Zeit. Guten Morgen. Termindruck auch im Keller. Gerade ist Möbelrücken angesagt. Hausmeister Heinrichs muss dringend ein neues Arztzimmer einrichten. Mein Tagesablauf, der ist ja nie gleich. Der ändert sich täglich. Es sind immer wieder spezielle Sachen, die jeden Tag auftreten. Dann ist da eine Reparatur, da ist was kaputt, da ist ein Rohrbruch, da ist was verstopft, da funktioniert eine Tür nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Jeden Tag. Und ärgerlich wird's, wenn ein Türschluss einfach nicht passen will. Die Zeit rennt auch bei ihm. Kleiner Imbiss nebenbei. Ich schaue jetzt kurz, ob irgendwas Akutes ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man den Schreibtisch erstmal in Ruhe zurücklassen und dann in Ruhe, das ist wichtig, in Ruhe in den OP gehen. Mehrere Stunden wird er am Tisch stehen, um einen Tumor zu entfernen. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Klinik ist zum einen Brustkrebs und zum anderen eben die genitalen Krebserkrankungen, also Eierstock, Gebärmutterhals, Gebärmutterschleimhart oder äußeres Genitale. Die Häufigkeit der Krebserkrankung steigt mit dem Alter. Was nicht passieren darf, ist, dass die Patientin durch die onkologische Behandlung, also in der Regel durch die Operation, in einen schlechteren Zustand gerät, als es vorher ist. Techniktest im alten Hörsaal. Übermorgen soll hier eine Veranstaltung stattfinden. Ob alles klappt? Das hat Gott sei Dank nicht viel Zeit gekostet, denn es geht sofort weiter. Wieder ein Umzug, diese Lampe kommt in ein anderes Büro. Auch dieses Zimmer muss geräumt werden. So, hier werden jetzt die Regale demontiert im Rahmen eines Umbaus. Erik Heinrichs, ein Alleskönner. Den nächsten Auftrag hatte er sich aber leichter vorgestellt. Das sind dann auch so Aufgaben, die zur Tätigkeit eines Hausmeisters gehören, so Entrümpelungen. Hilfe. Selbst ist der Mann. Hilfe braucht er selten. Oben im OP löst Professor Kuhn immer noch schwere Verwachsungen, um an den Tumor zu kommen. Seit über zwei Stunden operiert er schon und an eine Pause ist vorerst nicht zu denken. Im Gegenteil. Der Tumor liegt an einer Stelle, wo er als Gynäkologe nicht mehr weiterkommt. Er muss einen Kollegen aus der Chirurgie anfordern. Der muss aus der benachbarten Klinik rüberkommen. Das wäre super. Dass es keine Konkurrenz unter den Ärzten gibt, ist Walter Kuhn besonders wichtig. Anne Koschelny ist Facharzt und spezialisiert auf Bauchchirurgie. Gemeinsam werden sie jetzt versuchen, den Tumor zu finden und zu entfernen. Das Schwierige an der Operation ist, dass der Tumor nah am Hüftknochen liegt. Nur kommt man eben nicht anders an ihn ran, als sich ganz vorsichtig Zentimeter für Zentimeter vorzuarbeiten, ohne die Gefäße zu verletzen. Geschafft. In gemeinsamer Anstrengung konnten sie den Tumor entfernen. Der wird sofort ins Speziallabor geschickt und untersucht. Professor Kuhn tritt ab. Der Bauchchirurg und sein Assistent machen weiter. Wir konnten den Befund, der ihr in abstehbarer Zeit Beschwerden machen würde, nämlich diesen Darmbefund, der im linken Beckenmannbereich lag, in diesem Fumor-Konkurmerat. Der ist rausprepariert. Das wird jetzt resizit entfernt. Wir haben, also mit der Dr. Fusselli hat das gemacht, und da ist es wichtig, dass man wirklich einen guten Aktenal-Kirurgen hat, diesen Lymphknoten aus dem palkreisnahen Darmfettgewebe entfernt, sodass sie da hoffentlich in der nächsten Zeit, vielleicht auch Jahre, dass sie da keine Beschwerden haben wird. Die ist nicht tumorfrei, aber im besten Sinne wird sie von diesem Eingriff, denke ich, profitieren, wenn sie das jetzt alles gut übersteht. Man weiß, dass wenn der Tumor vollständig oder fast vollständig entfernt ist, dass man durchaus dann wieder sehr gute Möglichkeiten hat mit zusätzlichen Therapien nach der Operation, also mit Systemtherapien, Chemotherapie. Heute hat man auch beim Eierstockkrebs Antikörpertherapien, dass man durchaus es erreicht, eine Stabilisierung der Erkrankung für lange Zeit, lange Zeit heißt durchaus für Jahre, zu erreichen. Das war vor 15, 20 Jahren auch nicht der Fall. Also die Prognose des Eierstockkrebs war fatal vor diesen Jahren, in diesem Zeitraum. Und da hat man heute wirklich enorme Möglichkeiten. Nach der stundenlangen OP ist Walter Kuhn wieder zurück an seinem Schreibtisch. Alles, was er macht, jede Operation, jede Entscheidung, jede Behandlungsmethode muss protokolliert werden. Entspanntes Sitzen, auch für ihn eher die Ausnahme. Es ist körperlich, keine Frage, aber da sage ich immer, es ist eine Frage des Trainings. Wenn man da mehrere Stunden im OP steht, teilweise in unguten, gebeugten Positionen oder verdrehten Positionen, man muss schon schauen, dass man körperlich da versucht, fit zu bleiben. Man sollte durchaus auch nebenher Sport betreiben und schon auch sehen, dass man diese Fitness auch erhält. Denn sonst ist es tatsächlich, oder kann es schwierig sein, diese großen, und das ist eben bei den Hohalkarzinom-Operationen praktisch immer der Fall, diese langen Operationen, das sind medialen Operationszeiten, also mittleren Operationszeiten von etwa zwischen sechs und acht Stunden, also medialen, dass man das dann tatsächlich dann nur mit Schwierigkeiten übersteht. Insofern ist körperliche Fitness wichtig. Zurück zu Erik Heinrichs. Seine Arbeit bringt Fitness zwangsläufig mit sich. Ich laufe so, wenn ich wenig laufe, so um die sieben Kilometer, und wenn ich viel laufe, auch schon mal bis elf Kilometer am Tag. Er muss sich beeilen. Gleich ist eine technische Abnahme. Prüfer von der Bezirksregierung in Düsseldorf sind dafür angereist, Ortsterminen auf dem Hubschrauber-Landeplatz. Erik Heinrichs hat inzwischen schon einen weiteren Termin angenommen, aber erst, wenn die Luftaufsichtsbehörde Düsseldorf den An- und Abflugsektor inspiziert haben. Wegen des angrenzenden Neubaus mussten Kräne umgestellt werden, die in den Flugsektor hineinragten. Wolfgang Rotter prüft nun, dass der Flugverkehr nicht beeinträchtigt ist und gibt sein Okay. Erik Heinrichs ist auch Herr der Schlüssel. Über 500 verwaltet er. Ich guck mal jetzt nach den Schlüsseln und trag die dann hier in der Liste ein, dass die dann auch registriert sind. Die Arbeit auf den Stationen ist ihm lieber, doch hier soll auch nichts durcheinander geraten. Ist das stressig? Nein, das noch nicht. Das kann natürlich stressig werden, je nachdem was vorfällt. Es können ja auch manchmal, wir haben dann schon mal Rohrbrüche oder dies und jenes oder mal Stromausfall. Dann muss man natürlich dann schnell reagieren, dass es direkt weiter geht. Dann wird es natürlich dann manchmal auch stressig, um dann das Ganze zu organisieren. So. Willkommen auf der neuen Station 5 an der Universitätsfrauenklinik. Professor Kuhn ist zur Einweihungsfeier geladen. Alle warten schon auf ihn. Kleine Erfrischung vorab, dann geht's los. Dann darf ich ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Die Hauptperson ist jetzt da. Darf ich jetzt was sagen? Soll ich was sagen? Denn ich bin ganz bewusst, ich bin nicht die Hauptperson heute. Hauptperson oder Hauptschwerpunkt sind die Patientinnen, sind die Frauenklinik, wie Sie es gesagt haben, ist die Station. Ich finde die Station wirklich schön, wenn ich hier morgens hinkomme. Ich gehe gerne Visiten. Mir gefällt das sehr gut, die Freundlichkeit, wie Sie mit dem Patienten umgehen und wie die Schwester Tanja sagte, das wird wirklich gut angenommen. Augenschmaus und Genuss vom Buffet. Kein Ausnahmeangebot, sondern die Regel, auch für zukünftige Patientinnen. Aber sonst esse ich nichts, weil einen das träge und faul macht. Also mich jedenfalls. Und immer ein bisschen Hunger ist nicht schlecht. Danach bleibt noch Zeit für eine Besichtigung der neu gestalteten Station 5. Nicht nur, dass frisch gestrichen wurde, es gibt neuerdings WLAN und Tageszeitungen für die Patientinnen. Für seinen nächsten Auftrag hat sich der Hausmeister wirklich Verstärkung aus einer anderen Abteilung holen müssen. Man hilft sich gern. Zusammen mit Mario Menzler transportiert er einen schweren Liegestuhl für eines der neuen Arztzimmer. Neben den Aufträgen, die er morgens im Computer sieht, kommen ständig neue hinzu. Ist vieles auf Zuruf, muss man einfach sagen. So zwischendurch mal, kommen wir gerade vorbei. Hier ist gestern zum Beispiel so ein Perlator abgebrochen auf der Kinderstation. Dann macht man den mal gerade neu und dann geht's dann zur nächsten Baustelle. Für das rote Ungetüm muss aber erst einmal ein Zwischenlager gefunden werden. Professor Kuhn hat gerade ein Vorstellungsgespräch geführt mit einem männlichen Bewerber. Direkt danach die Sprechstunde. Seine Patientinnen kommen vor und nach einer Operation zur Kontrolle. Wir haben durchaus bei etwa 30, 35 Prozent der Patientinnen eine echte Kuration, eine echte Heilung durch diese entsprechenden Therapien erreicht. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Seit neun Jahren ist Brigitte Dreyer seine Sekretärin. Was ist er für ein Mensch, was ist er für ein Chef? Sehr netter Chef, sehr kompetent, ordentlich, hundertprozentig. Patienten gehen ihm über alles. Ja, also ist schon ein toller Chef, toller Mensch. Darüber macht sich Professor Kuhn keine Gedanken. Für ihn geht es immer weiter. Kurz vor dem Treffen mit den Vertretern des Zentrums für Integrierte Onkologie der Uniklinik Bonn noch ein Orientierungsgespräch mit seiner Assistenzärztin. Dr. Julia Wels betreut das Sekretariat der Studienambulanz. Aber solche Informationen sind nicht für fremde Ohren bestimmt. Noch ein schweres Teil. Und wieder kommt Erik Heinrichs da nicht ohne Hilfe aus. Diesmal ist es ein elektrischer Schreibtisch. Der ist schwerer als er dachte. Doch zu zweit ist er schnell verstaut. Das war's schon fast für heute. Bleibt nur noch die alte Spüle von heute Morgen, die er entsorgen muss. Die kommt erst einmal ins Depot und wird später abgeholt. Auf dem Weg zum Büro läuft ihm die Krankengymnastin über den Weg. Sie verrät, was alle von ihm denken. Hier ohne Erik Heinrich geht's gar nicht. Hier bei uns. Wie kommt's? Ja, weil immer irgendwo irgendwas los ist im Haus. Immer bereit zu jeder Hilfe. Ja, wirklich. Das ist wirklich, ehrlich so. Das ist total... Ich bin ganz froh, wenn er hier ist, dass er hier ist. Und viele andere auch, ja. Halb vier, bald ist Feierabend. Ach, dann bin ich ja auch froh. Also, dass ich den Tag hinter mir hab. Ein letztes Mal E-Mails checken, das war's für heute. Welche Überraschungen morgen auf ihn warten, weiß er nicht. Für ihn war das im Übrigen ein ruhiger Tag, meint er. Nun freut er sich auf seine Hobbys. Mountainbike fahren, fotografieren, angeln. Hauptsache Ruhe. Für Walter Kuhn gibt's noch keinen Feierabend. Auf Station kontrolliert er, welche Fortschritte seine Patientinnen machen. Viele von ihnen haben ernste Krebserkrankungen. Der Professor hat seine eigene Strategie entwickelt, wann und vor allem, wie er die Frauen über den Verlauf ihrer Erkrankung aufklärt. Also, man kennt die Patienten, die hier operativ behandelt werden, auch nicht operativ behandelt werden. In der Regel ja schon längere Zeit. Entweder sind das Patienten, die jahrelang in der Betreuung sind, hier bei uns in der Frauenklinik. Oder es sind Patienten, die man im Rahmen der Sprechstunde kennengelernt hat, da durchaus auch längere Zeit sich mit den Erkrankungen, den Problemen, den Symptomen auseinandergesetzt hat, sodass man schon so ein gewisses Gespür entwickelt, wie man, was man rüberbringen kann, wie viel und in welcher Form. Gut, sehr gut. Gestern haben sie geschlafen, deswegen haben wir uns gestern Abend nicht gesehen. Wie geht's Ihnen? Dass man ganz wesentlich tatsächlich die psychische Situation der Frauen, die ja meistens dann doch leider Gottes sehr schwer krank sind, dass man die sehr, sehr intensiv und maßgeblich berücksichtigt. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir mit der Therapie beginnen und dass wir diese ganzen Metastasen zurückdrängen und wir haben dann gute, gute Chancen, das hinzukriegen. Muss man auch schon mal lügen? Sollte man nicht tun. Sollte man nicht tun. Denn die Patienten merken es irgendwann sehr genau, dass man dann nicht die Wahrheit gesagt hat. Und das würde sofort das Vertrauensverhältnis, das die Basis für alles ist, dieses Vertrauensverhältnis dann nachhaltig beeinträchtigen oder zerstören. Insofern eine echte Lüge sollte man nie dem Patienten gegenüber machen. Man kann natürlich gewisse Dinge so formulieren, dass nicht dann unbedingt das absolut Negative gleich deutlich wird. Das kann man geschickt dann durch die Formulierung machen, aber lügen sollte man nicht. Das ist alles sauber. Diese Patientin wird seit sechs Wochen in der Frauenklinik behandelt. Sie steht kurz vor der Entlassung. Eine der letzten Untersuchungen. Die fangen einen auf, wenn es einem schlecht geht, die merken das sofort. Und das ist Wahnsinn. Okay, alles klar. Danke sehr. Danke. 18 Uhr, alle Patientinnen sind versorgt. Im Büro warten noch Aktenberger auf ihn. Damit verbringt er die Wochenenden. Das ist, das stimmt. Wobei man sagen muss, am Wochenende, also am Samstag, ist es in der Regel wirklich ruhig. Da geben wir morgens Visite. Und dann ist natürlich kein Tagesgeschäft. Nur wenn irgendwelche Notfälle sind. Aber das ist tatsächlich eher selten. Und dann hat man Zeit, diese ganzen Dinge, die in der Woche anfallen. Ich meine, Sie sehen ja diese ganzen schrecklichen Mappen und Akten, wo man unter der Woche nichts dazu kommt. Es ist ausgeschlossen, dass man die dann zumindest teilweise bearbeiten kann. Und wenn man das Ganze in Ruhe macht, ist das durchaus dann auch nicht so unter Druck, wie es unter der Woche ist. Also insofern, das geht, geht schon. Oder auch die ganzen Wissenschaftsprojekte. Ich meine, das ist eine wesentliche Aufgabe hier der Universität, dass man eben Wissenschaftsprojekte bearbeitet, dass die jüngeren Kollegen ihre Projekte verfolgen, dass die sich habilitieren, um ihren Privatdozenten Titel zu bekommen, um dann später Professor zu werden. Das ist ja das Privileg an der Universität. Und da muss man schon auch viel außerhalb der normalen Zeit am Wochenende, auch am Abend für arbeiten. Aber das ist, wenn es spannende Dinge sind, die einen sehr interessieren, dann verfogt man das auch gerne. Und wenn man Dinge vorwärts bringen kann und wenn man aus den Projekten, Wissenschaftsprojekten, wenn man da wirklich praktische Konsequenzen ziehen kann, wenn man Therapieformen modifizieren kann oder komplett ändern kann mit den eigenen Ergebnissen, dann ist das unglaublich erfüllend und macht wirklich, ist was sehr Besonderes. Hallo, guten Abend. Walter Kuhn hat die Begeisterung von zu Hause mitbekommen. Schon sein Vater war Gynäkologe. Worauf kommt es an, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet? Man soll das tun, was man mag, wo man Spaß hat, da ist man dann auch gut. Und wenn man das nur durch Zwang macht oder weil man ein schlechtes Gewissen dem Chef gegenüber hat, dann braucht man das hier nicht machen. Das bringt nichts. Also das ist immer der Ratschlag, den ich den jungen Mitarbeitern gebe. Das machen, was einem wirklich am Herzen liegt. Und ihm liegen seine Patientinnen sehr am Herzen. Und das spüren sie auch. Heute endet sein Tag schon vor 8 Uhr abends. Er muss pünktlich auf einer Veranstaltung sein, denn da wird sein neues Fachbuch vorgestellt, das er mit einem Kollegen verfasst hat. Es geht um operative Eingriffe während der Schwangerschaft. Ein Thema, das, so wie er, nur wenige Spezialisten beherrschen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.